Willkommen zurück zu Black Mesa und was kommt das hier, den Venti Tralat von hier muss ich glaube ich irgendwie anschalten runter geht es ja nicht ich muss irgendwie kaputt stimmt ich muss so schnell wie möglich hier raus okay und dann komme ich glaube ich nach oben glaube ich ich glaube so war das genau so irgendwie hier dann na komm komm ich jetzt schon hoch, ja oh ähm ja möchte ich einfach rein da ich schwebe neue Triebwerke starten so ja ist ja gut hey bisschen Munition war immer nicht wieder schlecht für die Waffen okay man kann nicht alles haben ach so ist die Tür ist zuverstellt zugestellt ähm zugestellt zugestellt ja zugestellt oh man weg weg na komm so knüpfe weg weg ich hab was aufbekommen heute erte Ich habe lange keinen Shooter mehr gespielt. Ah, okay. Ich bin nicht bereit. Da. Da bist du. Eins. Zwei. Puppe 1, Puppe 2 läuft. Gut. Wie ist denn grünes Zeug in den Körper gepumpt? Na, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir ja hier. Nee. Dann kommen wir ja runter. Stimmt. Gut, jetzt müssen wir noch eine Etage tiefer und dann wieder hoch. Böööööö. Dieses ekelhafte Vieh. Dieses ekelhafte Vieh. Einmal auf den Laden. Genau, eine Etage tiefer. Kurz orientieren. Okay, wir müssen mal eh noch freiräumen, weil wir dann nach oben müssen. Genau, da ist die Leiter. Genau. Oh, wie süß. Dann müssen wir wieder nach oben. Das wird den schon erlegt haben. Der behindert uns nicht mehr auf unserem Weg. Schrott, die Flinte. So. Was für Viecher erwarten uns denn hier? Das war's. Hm. Noch mehr gegnerische Reste. Das war jetzt zwar nicht erforderlich, aber hier auch Munition drin sein können. 45% Power 60% Einmal sind die schon ein bisschen ekelhaft. Für dich. Da bist du. Komm her. Fang die Kugel. Und wieder abwärts. Stimmt. Und sonst so. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Gefährliche Strahlung. Ja. Ja. Ich glaube, ich war zu langsam. Ja, dann sterben wir schnell. Kein Problem. Da hätten wir rauf, wie man muss. Okay. Okay. Ja. Bitte mal wissen können, ja. Na komm. Will im Flug abspringen. Ja. Das war noch zu weit oben. Das war viel zu weit oben. Bin nicht vor Militär. Braust keine Angst haben. Gab es ja nicht irgendwie noch eine Leiter? Na komm. Beweg dich runter. Hallo? Hallo? Okay. Okay. Ich glaube, dein Kumpel ist Geschichte. Da geht's nicht lang. Ah. Söte. Alter. Nein. Was ist mit den Augenhäuten? Ich sehe die nicht. Da muss ich rein, da komme ich nicht hoch. High voltage. Good. Okay. Das war klar. Hallo? Guck mal nicht rein. Jetzt? Da hin. Jetzt muss ich glaube ich runter. B ist es nicht mehr. B ist es nicht mehr. Hier ist kaputt. Hier fangen wir den Stock. So, haben wir das auch. Gut. So, wie kommen wir jetzt wieder weg? Wie schwer ist es nicht? Der ist im Arsch. Genau, irgendwas brennt doch hier. Airlock Cycles. Warte, 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 warte. Irgendwas muss ich noch aktivieren. Nee. Irgendwas habe ich noch vergessen. Irgendwas habe ich vergessen. Der ist da oben drinne. Der ist da oben drinne. Irgendwas habe ich vergessen. Das wie war... Das wie war... Ich habe doch irgendwo Knopf vergessen. Nee. Der ist aktiviert. Gut, also hoch komme ich nicht. Das weiß ich. Das war was ganz simples, glaube ich. Hm. Muss ich einfach nur warten. Hier ist rot. Hier waren Viechers. Irgendwas zischt doch hier. Ja. 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 Ich bin blind. Das möchte ich auch gerne mal können. Leider ansteigen und gleich eine Schrotflinte nachladen. Uh. Okay. So. Die haben wir aufgebraucht. Da war nichts weiter. Ah. Das brauchen wir auch nicht. Mal zurück. Jetzt mal wieder hoch und das... Feuer erstarten, glaube ich. Wir haben Strom. Wir haben das. Müssten jetzt, glaube ich, alles haben. Ja. 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 Ne. Ja. 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 Denne. Denne einfach. Oh Gott. Genau. Warte mal hier. Da ist es weggeburnt. Einfach weggeburnt. Hat ja aber gut Schaden angerichtet. Alles gut. Jetzt sind wir hier. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Nein. So geht es halt nicht. Nein. Oh nein. Alles klar. Ähm. Perfekt. Die Leiter nicht mehr greifen kann. Ähm. Ja. Wasser spritzt. Lade. Tot. Lade. Tot. So. Laden. Ähm. Wie war das hier? Ja. Fortsetzen. Okay. Okay. Ja. Ja. Ich hoffe, das passiert uns jetzt nicht nochmal. Den kann man ruhig mal runter. Na? Jawohl. Oh mein Gott. Ah, jetzt sind wir hier. Maus 2 über Kimmo und Korn. Okay. Okay. Hätte ins Wasser springen sollen. Ähm. Ausgang. Äh. Okay. Hier sind Reste. Gut. Mal umgucken. Hä? Na komm hoch. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Wo müssen wir hin? Ja, du bist tot. Wissen wir. Ja. So. Runter. Ja, ist ja okay. Aber. Was soll ich hier? Hä? Ist doch nichts. Hä? Ich werde verpasst. Okay. Ob ich irgendwas verpasst. Okay. Okay. Ja. Gut. Äh. Ich guck mich jetzt hier nochmal ein bisschen um. Und äh. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschau. Nicht ich bin. Ich bin. Ich bin.